Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Bauer Call. Die Welt dreht durch, aber Bauer Call behält die Übersicht. So ist es nun mal im Leben. Erst die Grenzen auf, dann alle rein, hurra, jeder freut sich, sieht was für ein guter Mensch er ist und dann plötzlich wird es eng in der eigenen Stube. Dann wieder Grenzen zu. Versteht ihr? Die Route jetzt da hinten rum über Balkanien, die muss jetzt zugemacht werden. Damit wir hier unseren Wohlstand auch wirklich sichern können. Und dabei ist es mir eingefallen, wenn jetzt immer mehr Grenzen wieder geschlossen werden, also erst die Balkanrude da unten, Mazedofien da oben und das alles. Wenn das jetzt alles wieder zugemacht wird, dann kommt eine Grenze nach der anderen wieder hoch. Und dann dauert das nicht lange. Und dann sind wir hier wieder im Osten allein. Dann ist wieder der Osten vom Westen getrennt. Und ich will schon mal in meinen Schrank gucken, ob ich meine alten Unterlagen noch alle da habe. Hier mein Ausreiseantrag, den sollte ich lieber vernichten. Aber hier meine Dokumente mit der Kreisleitung, die könnte ich vielleicht noch gebrauchen, damit man sehen kann, dass ich eigentlich immer nur der richtigen Meinung war. Also was gerade richtig ist. Also viel besser wäre ja, du hättest eine Haltung zu alledem. Aber mir fragt ja keiner. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Und macht euch keine Sorge, ich informiere euch. Hau rin und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Und bitte nicht zur Zeit über den Balkan. Ist gesperrt. Das war unser Held vom Feld. Bauer Krolls etwas anderer Wochenrückblick.